Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist mal was, äh, ein Video in eigener Sache, oder eigentlich in eigener Sache. Es ist ein Video von mir für euch. Und zwar haben wir einen neuen Clan eröffnet. Ähm, kurz zum Clan. Und der Clan heißt Fog of War. Äh, hat TS3. Und, äh, ja, ist neu. Wir sind momentan 5 Leute. Wir haben ein Auffassungsvolumen von 20 Leuten und suchen Leute wie dich. Ähm, was wir hier anbieten. Wir haben momentan eine League of Legends Gruppe. Zu League of Legends. Wir sind interessiert an einem 5 vs 5 Team. Momentan sind wir 3 Leute im Team. Wir suchen noch 2 Aktive. Mainlanes zu vergeben sind momentan Support und Toplane. Suchen wir noch. Ansonsten, äh, ist es auch nicht schlimm, wenn irgendjemand ein anderer Lane hat. Da kann man reden oder das Lane switchen. Das ist absolut kein Problem. Ähm, wir befinden uns momentan auf den Elos Bronze bis Gold sind. Also noch nicht so fortgeschritten. Wenn ihr höhere Elos haben solltet, wird es zwar ein bisschen schwer mit einem Ranked Team. Aber ansonsten haben wir auch nichts dagegen. Ähm, wir sind ein Fun-Clan momentan noch. Also ist da nichts, ähm, ist in der nächsten Zeit erstmal nichts, ähm, größeres zu erwarten. Außer ein bisschen trainieren und sich einspielen aufeinander. Ähm, es wäre tägliche Aktivität oder nicht täglich, aber öftere Aktivität in der Woche erforderlich für das LoL Ranked Team. Ähm, es wäre erforderlich, ähm, TS-Pflicht wäre bei uns. Das heißt, wenn ihr in LoL Online kommt, dann würde einfach das TS gleichzeitig mitstarten. Und wenn nicht, kriegt ihr einfach eine Nachricht, dass ihr doch bitte ins TS kommen sollt. Das wäre so das einzigste Pflichtmäßige so, damit man sich auch permanent absprechen kann. Äh, Training mit dem, mit dem, mit dem Jungle oder der Botlane wäre ansonsten sehr gerne gesehen. Und den Rest könnt ihr ja auch im Clan, äh, absprechen. Mich findet ihr, ähm, unter League of Legends, unter Neverguest LP, wie ich auch hier heiße. Ähm, und wenn jemand bei StarCraft was möchte, kann er entweder auch mich anschreiben, wenn er auch gleichzeitig bei LoL sein sollte. Oder ihr geht zu StarCraft und schreibt da den Power Mule an. Power Mule. Ähm, ja. Das sind, äh, die Daten zu, äh, League of Legends. Bei StarCraft, äh, Power Mule befindet sich, ist momentan unser bester Spieler bei StarCraft. Der befindet sich auf dem Diamond Rank, High Diamond. Und, da ist, äh, da ist da ja, kenne ich mich gar nicht so gut aus. Also, wenn ihr, ähm, zu StarCraft irgendwas habt, dann schreibt einfach den Power Mule an. Der erklärt euch einiges. Äh, was wir suchen. Natürlich auch hier Leute ab 18. TeamSpeak-Pflicht, äh, nett sein, nicht ragen und was weiß ich nicht alles. Und dann, ähm, 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 ist er euer Ansprechpartner dafür. Wie gesagt, der Clan heißt Fog of War. Ähm, ihr schreibt es einfach an und dann kriegt ihr das Passwort dafür zum Vorstellungsgespräch. Und, ja. Bringt Spaß mit. Hab ich noch was vergessen. Kurz Gehirn einschalten. Ähm. Wenn ich was vergessen habe, war das beim Gespräch. Tschüss.